ich bin noch gar kein glaube ich dass er nicht jetzt in die um es macht er wird noch selber wirst hier ist wenn ich jetzt frei gewinne ich glaube es trotzdem noch in die große bleiben. Ja, aber mit Bronze kriegst du keinen Rahmen. Ja, eben. Leider. Immer wieder die Sounds runterstellen. Nee, ist aber halt so. Ich hab mich jetzt jedes Season um eine Division gesteigert. Angefangen mit Bronze, dann Silber und jetzt Gold. Wie lange spielst du eigentlich schon, ne? Ja, drei Jahre. Also drei Season. Ja, das stimmt. Obwohl ich glaub, Season 2 hab ich auch schon mal so ein bisschen rumgegammelt. Haha, nur so ein ganz bisschen. Ich find das ist Dance so nice. Naja. Ich hab' auch schon diesen Samsung Galaxy's Explosionen hier gehört. Was, von der Handys? Ja. Joa, ist doch schon lange jetzt. Ja, aber... Keine Ahnung, vielleicht, dass es so zum Beispiel nicht geht. Oh, doch. Der Rami weiß alles. So, wollen wir mal. Soll ich nochmal Kessio genau? Oh, der Rumble... Oh, die lässt sich aber schon zurückpushen hier. Oh, der Rumble... Oh, die lässt sich aber schon zurückpushen hier. Oh, ich mag den Rumble schon jetzt nicht. Oh, der hat einfach mal einen Taurschock gezielt. Okay. Oh, was ist denn los? Kann ich fahr'n? Das ist so schlecht. Ja, das ist nicht ganz toll. Ah, der verscheucht. Meine Minions mit zwei Hände fuckeln. Ja, ja. Hier ist auch noch nicht so die Action. Er ist auch erstes der Anfang. Geh mal weg, Rumble, ich will doch nur farm. Komm her. Ich glaub' nicht, dass er das freiwillig machen wird. Ich warte nur auf den Moment. Ja, ich will doch nicht. Du kannst mir Fragen stellen. Ich glaub' das ist einer der wenigen Champs, die ich noch nie gespielt habe. Ja. Ja, ich glaub' so, weil er macht mir Gott. Nicht wenig Damage. Nicht wenig Damage. Aber der Mersus ist fleißig umfahrend. So muss das sein. Unter dem Tower. Ja. 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 Jetzt pinkt die MF. Sehr freundlich. Nachdem der Bart hier war. Ich bin nicht früh, ne? Boah, der war ganz schön lau gemacht. Und rummeln. Und rummeln. Ah, depp. So. Jetzt geh' ich erstmal weg. Oh, der lebt aber gefährlich da. Ja. Na, unser hier. Das ist der Klett. Ja. Seh' ich auch da, weißt du. Da brauchen wir vor allem nicht leben. Man kommt noch nicht dran, ey. Lol, Cassio mit Failflash. Ja. Aber auch ziemlich dämlich von dem Kerl. Was wollt ihr hier? Ja. Ja. Und deutlich in die Hose. Ja. Na, da kommt er. Oh Gott. Hat er grad seine Unis gemacht? Oh, Raman hat einfach mal seine Unis gemacht. Oh, Raman hat einfach mal seine Unis gemacht. In der Versuchung mich an meinem Backboard. Ja. 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 Hey, ich bin wieder da. Very nice. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 ich glaube hier ist man noch nicht wieder da Der wirklich gerade alles verschießt oder die ist eigentlich komisch. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt muss ich rennen. Tschüss. Ich bin ein Schmack. Nein, ich bin ein Schmack. Nein, ich bin ein Schmack. Keine Sorge, ich übernimm! Gehst du weg? Ufff... Komm schon los, los! Ich war noch nie an Rumbles Tower, da pusht meine Lame so hart. Ihn kann ich gar nicht leiden. Ja, dann musst du dir der Klett mal helfen, wenn der da so rein pusht, ey. Ja, jetzt mach ich den grad weg. Oh nee, wenn jetzt... Ich hab keine Wischen auf dich. Doch, hast du aber... Was? Ja, ich weiß. Ja, ich aber nicht. Oh, da kommt, der wollte zu mir kommen. Äh, nicht erreicht. Jetzt kann ich endlich wo, jetzt muss ich mal rund zum Klett gehen, ne? Nein, der stirbt noch. Oh, weia. Oh, was macht denn der noch? Durchhalte. Der kommt, glaub ich, hier durch. Ne, der ist hier. Bist du ihn? Ne, nimm. Nassos Kill ist wichtig. Oh, ich hab beide Bugs. Oh, das ist ja hier. Kann ich gedacht, hier bleiben. Mein Top-Lane ist miss. Ja, meine wieder auch. Aber ich denke, die wird auch weggegangen sein. Ja, da hat der Rumble seine Ohl verschossen. Hat er echt gut angeschüttet. Ja. Hmhm. Und ich schreck ihn einfach wieder. Oder er mich. Ich weiß es nicht. Oh, fehlfleisch. Oh, jetzt geht's aber scharf. Ah, Blutrausch. Es ist halt einfach so, wenn du denkst, du killst ihn und auf einmal macht das so viel Damage, dass du fast stirbst. Dann weiß ich nicht, ob du Gains hast und einfach weiter reingehen soll. Im Zweifel 2 weiter rein, weil wer wegläuft, stirbt fast noch mal. Ja, der hat nämlich einen Flash Richtung meiner Base gemacht. Der war echt gut. So. Oh, ne, der teleportet sich ja schon wieder. Oh, läuft. Oh, läuft. Der, 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 der läuft hier gerade durch die Mitte. Luchto? Ja. 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 Ich hoffe einfach nicht, dass ich selbst auf den Weg bin. Ne, der ist, glaube ich, Richtung Drake gegangen. So. Ah ja, da ist er. Hm. In der Clit. Hat Sven Skull verloren. Das kann ja gar nicht bei mir sagen. Oh, ist er. Ne. Ich denke mal, hat seine Ult auch eine Range, also wo er hinlücken kann, oder ist das unbekannt? Was, der Nocturne? Ja. Na ja, der zischt doch so durch die Gegend, also ich denke schon, dass das begrenzt sein wird. Hoffe ich mal. Also sonst können wir den wirklich mal nerven. Ich gehe mal lieber shoppen. Ich bin voll mit dem Item Nachzeugen. Oh, fuck. Das ist jetzt einfach schon wie er ist. Aber das ist ein Lappen. Oh, da fehlt mich aber fast. Ich habe ihn nicht gesehen, ey. Ja. Und tschüss. Habe ich eben nicht gesehen, dass die Battländer anmarschiert kamen, ey. Junge, Junge. Ah, die wollen bestimmt einen Drake jetzt. So wie das so aussieht. Oh, ne. Bitte. Der hat noch nicht meinen Tower. Ich kann das nicht wahrhaben, dass er jetzt... Wenn der jetzt First Blood Tower macht, dann... In den Nasus. Oh, da kommt er. Oh, das hier kann er den Drake, Mensch. Ne, ist nichts. Was war denn das für eine Q von Ne? Oh, oh. Der Klett. Der Klett. Aber trotzdem ist er halt verloren. Oh, die Kessler hat wieder einen Bloober. Das müsste ich mir eigentlich wiederholen, ne? Dein Bloober. Oh, ich habe gerade gesagt, dass der kommt. Oh, nein. Oh, da bin ich. So, jetzt mache ich einfach den Play. Oh, jetzt mache ich einfach den Play. Ich glaube, wir haben First Blood Tower auf der Top Lane. Das hört sich gut an. Ja. Ist so. Aber jetzt muss ich weg. Aber ganz schön schnell. Und da kommt er noch zurück. bin ich. Ah, ja. Das muss ich jetzt nicht kommen. Oh, ach. Oh, ja. Ich muss hier den Tau. Du kannst mich nur aufnehmen. Ich kann nicht. Ja, ja. Aber du kannst das mal zu dir sagen. Das ist ja nicht. Das kannst du dir sagen. und ich glaube da kommt auch noch hoch zu gehen wer noch tun der ist oben es kommt mit linken er das Haus ist so gut das macht er wohl den Pinkel nö, ja, schau das macht warum pusht er auch die ganze Zeit ja, Spam hat noch mehr deine Paketen ich komm mal ins Logo oder äh, nicht direkt abhauen oh, nice oh, komm oh, komm da war ja den Hammer Rumble kommt nicht, doch, der kommt so, auch da also können wir auch holen, wir sind zu dritt ich hab nur kurz geslout, damit ich schon aus es verkommt oh oh, mein Tau ist aber richtig low ja das ist so neulich für das Blood Tower das ist aber ziemlich viel Damage, ich komm auf die die das ist so neulich für das das ist so neulich für das und meine Drücke nimmt es zu miss, obwohl ich denke dass das sehr sehr gut drückt oh oh loo, dann bin ich auch auch noch hier er wir auch noch zu Portico 11 und das sind die Szene weil ich nicht der Stift war der Stift aber da kann man nichts machen ich hab das war Tau, ich hab mehr er denkt jetzt ich kann über unseren Dschungel abkommen der Schlawine da geht er noch weiter, jetzt mal raus da ist der Flasch das war witzig geil hat ihn gefressen und von meiner Bombe gerettet vor der ersten also der Flasch war wirklich sehr gut von ihm hat echt viel gebracht hätte ich mal in Ruhe vor allem auf der Top Lane aber es kann ein schöneres geben das ist es würde ich jetzt noch zu mir kommen wie das selbst aber tut allein nicht was geht da unten ja das sind alle hab ich auch gesehen ist der Power noch da? ja dann geh ich auch hin ja das ist schon da unten ja das ist schon da unten ja dann komm ich auch boah 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 das sind ja noch 4 oh der ist ganz schön low schade was schade da war es gut wo ne das war gar nicht noch ein paar Kills gekriegt haben ja den Bad hätten wir vielleicht noch bekommen aber ich wohne natürlich gestern so und das sind jetzt aber alles auf dem jo also wenn welche zum Beispiel schnell abbauen wuuh öh öh jetzt mach ich mal hier mal nen ganz großen Flits aber die kommen alle ich wollte eigentlich direkt rosa kliere dann hätte ich eigentlich 2 Kills bekommen aber komm Jinx holen wir oah da hättste auch greenen müssen jetzt noch ein bisschen ich bleibe auch hier ich bin so greedy ich habe ich mal nicht zurück porten lassen und die topmen jetzt schon durchgepusht die schmutzung bilden und drittorik so was würde ich jetzt mal mein wort hat im austauschen genau das müssen wir auch noch machen Das war Rumble. Den werde ich jetzt auch noch killen. Gucken ob ich jetzt einen Mommy runen kann. Rumble? Wo ist denn der jetzt? Der ist ein Rumble, was ich das? Ich bin ein Rumble. Ist das nicht so, ist es? Die sind Rumble. Ich bin ein Rumble. Ich bin ein Rumble. Oh, oh. Das ist ein Rumble. Ja, da kam das Rumble. Ich bin hier, glaube ich. Ich komme auch immer mitlemmen. Oh, wir gehen bot. Guck mal, was da geht. Ich splitpush eins, einfach auf der Top-Lane. Mein Rumble ist hier. Ich bin nicht normal hier. Was? Ah. Da haben sie fast einen Ace bekommen. Ja. Nur du hast überlebt. Ich war aber auch nicht da. Das wird der Grund sein. Ich hoffe jetzt einfach nicht, dass alle zu mir kommen. Das wäre nicht so toll für mich. Nee. Gehen wir mal mit Leand Deft und das wäre glaube ich am besten. Wenn ihr das hier ist, dann geht's auch weg. Bis bin ich jetzt. Ja, stun mich doch. Der Tank kennt schon mal mehr auf. Er geht einfach die ganze Zeit nur bei. Den 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 den! Hm, warum? Ich hab das dann. Oioioi. Da kommt die Atombombe! Ja, da will ich jeden gekillt. War nur ne kleine Atombombe. Ja. Also der Teamfight ging nicht mal so schlecht für uns aus. Ah! Ach ja, lass mir Drake noch. Oh, er ist noch der Tower, oder? Ich mach mal kurz. Na gut. Drehen wir auch mal ab. Hier oben. Lassen wir es kämpfen! Das überlebt doch nicht. Ja. Ja. Komm mal, jeder zu euch. Mal gucken. Wir wissen noch nicht, dass ich glaube. Jetzt wissen Sie es. Das ist natürlich... Ja. Woll, wo habe ich den jetzt im Luba-Fair? Habe ich irgendwie getötet? Unser? Ne, unser ist ja da. Habe ich den eben... Oder habe ich den eben echt mit der einen Bombe gekriegt? Das wäre natürlich lächerlich. Die Bombe habe ich da so blind hingeschmissen, die Bombe. Oder... Du brauchst keine Blume, oder? Ja. Ich mache das auch. Ne, ich habe ja einen. Stucken tut der leider nicht. Ja, stell dir vor. Das wäre jetzt ja... gesteckter Blue und Rester. Farmen. Kommt der gerade zu euch? Ja. Und der ist auch direkt hier weggegangen. Mann. Ne, es ist kalt. Man hat fast die Farmen geklaut. war ja eigentlich auch dein v wir reißen erstmal die Base ein oh der Damage total schreif getrun nur halb 2 Sekunden die sind jetzt gerade zum Kench reingekommen hier ist Torek oah leul hier einholt nach der anderen die sind alle zu low ne jetzt will ich rennen bin dabei schönen Farm oh wir haben da etwas an der Backe da will der dort noch kommen da kommen noch mehrere ja da kommen alle ich bin nicht ungeduldig ich bin nicht ungeduldig oh da hast du Bickel oh ne das war zu dumm kommen natürlich auch alle wieder der Überraschungs-Effekt ist weg die drei da holen komm mal rein da sind da nur drei oh ne da kommt noch mehr oder ich werde einfach zehn schwimmen dann bis dann ich glaube jetzt haben sie alle geflasht ja lass mal ein Bart machen hier kommen keine Minions nach so ein Mist oh die haben hier einen Bock boah tut mir leid dort da ging nichts oh leul oh leul du willst meine Auffassung dickig machen ja keine Chance schade nochmals schlimm war die Mauer abgehauen aber da waren sie schneller da kamen sie von beiden Seiten die Gangstars also jetzt würde ich keinen Baron machen ganz ehrlich ne das wäre auch böse in die Hose gegangen ich wusste gar nicht dass Rumble auf AP geht ja doch AP-Tank hält oh oh und da holst du dich immer so fast okay naja why not wo ist die Waffe hin ich geh mal Buttline machen hm ich geh mal auf meine Topline du hast es könnte immer eine Farm gebraucht der Drake ist auch gleich ab ungeduldig ich bin nicht ungeduldig dann könnte ich es eben auch gerade auf der Make-of-Botline so auch nicht was ich selber will vielleicht auch schon mal Drake Ward die wollen Drake glaube ich ja die haben gerade den Drake Ward hab schon gesehen ohja mach das hier aber ja fuck ich komme am besten auch ich komme am besten auch hey oh da da rasiert er rasiert er richtig ey der sand ich gleich ja tschüss mach mal weg den Drake toll oh scheiße war der Nocturne noch da ja ahhh oh hatte das ja da war der Nocturne noch da wir haben jetzt einen Drake ja bei dem hat nur Bart überlebt ja da hat sich Kletton Luke geholt auch da auch hm pushen will ich allein eigentlich nicht wieso wir jetzt mal um die Wett von denen genau Kletter hätte jetzt auch lieber nicht weggehen sollen und auch die Botline schön ein bisschen pushen hätt mal mehr von gehabt aber nun gut man kann ja nicht alles haben ne hey Kassi Peer und wir ja oh ich kriege Blue ich kriege jetzt kommen sie alle das das ja nur dir das 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 ist achten der da will unbedingt die Jinx ey koste es was es will ja weil ich hier noch so oh toll wir haben meine Form 一下 viel ja beiden auch so wenn das ist die die der das ist das aber Ja, und wenn euch das Game gefallen haben sollte, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ran.